Hallo und herzlich willkommen meine Buddies. Wir sind hier in Kreisingen mal wieder und ja, haben wir uns eine Kreisrunde Stadt angelegt. Also was heißt und wir uns, also ich habe hier eine Kreisrunde Stadt angelegt. Huch, was haben wir denn hier? Oberbürgermeister, komik, ich möchte gerne eine Wette mit Ihnen abschließen. Was halten Sie von 5200 Einsatz? Wenn Sie es schaffen, innerhalb von 3 Tagen 100 Sims in die Parks zu holen, haben Sie die Aufgabe erfüllt. Nur ein kleiner Tipp, mehr Parks bedeuten mehr Besucher. Mache ich. Wie viele Parks habe ich denn? Nicht wirklich viele. Das heißt, wir müssen noch welche anlegen. Mal hier entlang der Straße noch einen. Hier noch einen. Auch noch einen. Oh, im Inneren, äh, im Außen-Zirkel, habe ich gar nichts, was ich anlegen könnte. Da noch einen hin. Hier noch einen hin. Machen wir noch hier einen hin. Und dann machen wir noch hier einen hin. Weil Parks brauchen wir ja sowieso für das Upgrade der Städte. Ihre Sims sind verletzt. Bauen Sie ein Krankenhaus. Nein, das will ich nicht. Was hast du denn jetzt? Ah ja, Dr. Wu und Maxis Man. Das kennen wir ja schon von der letzten Stadt. Oberbürgermeister O-Comic. Das bin ich. Und mit viel Geschick lenke ich die Geschicks der Sims zu Erfolg und Reichtum. Das war doch ein super, super Eröffnungssong für jedes, äh, SimCity Let's Play. Oder etwa nicht. Achso, ja. Eine Kurve. Zu spitze Winkel. Soll ja auch kein Kreis werden. Soll ja eine Kurve werden. Könnte man vielleicht auch weglassen. Dann lass ich's mal weg. Bin hier mal gespannt, wie das hier mit unserer neuen Stadt läuft. Ob das auch so gut wird, wie mit unserer anderen oder nicht so gut. Auf jeden Fall haben wir ja ein klitzekleines, winziges, Mini-Verkehrsproblem bei diesen Kreis, Kreisstätten. Äh, ja. Und die Straßen, die hier sind, müssen auf jeden Fall abgedrückt werden. Denn sonst geht der Verkehr nicht voran. Was haben wir denn hier? Ja, da müssen wir auf jeden Fall auf mittlere Dichte gehen. Damit sich hier die Verkehrsknoten wenigstens ein wenig auflösen können. Ah ja, wir haben auch noch Platz. Sehr schön. Perfekto, Perfekto, El Respecto. Bin hier mal gespannt, wie unsere Stadt noch wachsen und gedeihen wird. Oh, hier ist einer unglücklich. Warum? Aber was hab ich dir getan? Wir wollen hier höhere Grundstückspreise. Und dann meckert er wiederum, dass sie zu hoch sind. Gibt's doch zu. Die Sims. Immer wollen sie irgendwelche Preiserhöhungen. Sollen sich freuen, wenn die Steuern höher sind. Oh, das war ja eine mit hoher Dichte. Naja, da haben wir die wenigstens schon mal komplett upgradet. Das ist jetzt alles Mittel, oder? Ja, durch mittlere Straßen müsste es ja auch dann höhere Grundstückspreise geben, theoretisch. Ich bin mal interessiert, wie das dann weitergeht hier mit unseren Kreisen in der Stadt. Ich wollte ja komplett rund mal probieren, aber das wird wahrscheinlich durch die Autobahn ganz schlecht werden. Zur Not muss man dann später, wenn man richtig Kohle hat, da einfach mal ein bisschen was abreißen, denke ich mal. Hui, einmal eine Runde rum. Ein paar Wohnungen auslegen. Machen einfach mal größere Gebiete, kann ja nichts schaden. So, was brauchen wir denn noch? Industrie. Natürlich brauchen wir Industrie. Irgendjemand muss die Klamotten ja herstellen. 5200 plus, weil ich die Besucher in die Parks gelockt habe. Ja, das ist doch schön. Hat's doch funktioniert. Irgendwie funktioniert das mit dem Raster manchmal nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber das liegt, glaube ich, eher an meiner schiefen Bauweise, die ich immer so mache. Ich immer so pflege. So, sieht's doch schon mal gut aus. Jetzt kommen wir mal ein bisschen Industriegebiet hier. Was hat er jetzt? Heben Sie die Grundstückspreise an! Wie soll ich das denn machen? Warte, ich hebe. Es ist so schwer, ich kann's nicht heben. Grundstückspreise sind viel zu schwer zum Heben. Hast du noch einen Park in der Nähe? Was willst du denn noch? Feuerwehr, nee. Krankenhaus. Verletzte Sims. Ja, überall verletzte Sims. Ich könnte ein Krankenhaus in deine Nähe bauen, dann hast du hast du höhere Grundstückspreise. Muss sowieso in dem, relativ in die Mitte der Stadt dann rein. Sicherheitsabteilung in der Region. Ja, die können wir ja hier dann noch erheben, also machen. So, bessere Gesundheitsversorgung durchs Krankenhaus. Da werden sie sich hoffentlich freuen. Bildung. Keine Schulen, was? Hier geht keiner in die Schule. Das ist ja wohl der Oberhammer. Das kann ja aber nicht sein. Da haben wir immer so viel Platz für diese Spezialgebäude wie Schule und so braucht. Mal gucken, in welchem grünen Bereich sich das Ganze hier bewegt. Aber man sieht gerade so ein bisschen mit den runden Straßen braucht man, glaube ich, weniger Schulbus Haltestellen. Oder kommt mir das nur so vor? Kann natürlich auch Einbildung sein. Einbildung ist auch eine Bildung. Na, also wir sind gebildete Sims. Also die hier im Kreis wohnen, die kommen auf jeden Fall in die Schule. Die am Rand müssen wir auch noch schicken. Und da sieht es doch ganz, ganz nett aus in unserer Stadt. Kann sich keiner beschweren. Industrie haben wir ein bisschen Gewerbegebiete. Gut, da haben wir jetzt nicht so viele, aber kann man ja auch noch welche bauen, wenn es drauf angelegt wird. Sind ja hier nicht in Schnaffdingen, ne? Es wird ein relativ großes Gewerbegebiet hier zwischen Industrie und der Stadt. Muss mal gucken, wie sich das sinnvoll verteilen lässt, eventuell am Ende. Glück haben, können wir vielleicht noch einen Kreis reinziehen. Müssen wir wahrscheinlich so einen großen machen dann hier. Natürlich dann schwierig zu wissen, wie groß und wie nah die Häuser vom Abstand her aneinander sein müssten, damit das alles passt, ne? Überlappung der Straßen, ja, das weiß ich ja. Aber es wäre auf jeden Fall interessant mal zu sehen. Also ich fände es eine interessante Idee, das mal wirklich so kreisrund anzubauen. Hab das jetzt auch noch nie probiert oder gesehen. Aber naja, müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Verkehr ist auch relativ ruhig jetzt aktuell. Irgendwelche Katastrophen. Runter kommen sie alle. Zu gierig und zu tief gekram. Das hört sich nicht so gut an. Schürers Haushalt. Trümmer in der Stadt. Oh, die müssen weg. Oh, es brennt. Brennende Gebäude kann man wahrscheinlich nicht abreißen, schätze ich mal. Oh. Oh, oh. Oh. Es brennt. Ganz stark. Habe ich schon eine Feuerwehr? Nein. Das ist ja kleine Feuerteufel seid ihr. Kleine Feuerteufel. Ihr Schweine. Kann ja wohl nicht Sparschwein. Diese Feuerteufel. Diese Idioten. Wie war das? Füße sind wie Hände, nur dümmer. Kleine Idioten. Mist. Jetzt brauche ich tatsächlich eine Feuerwehr. Ja, sehr gut. Dann löscht auch die Brände. Hier, da brennt es überall. Jetzt macht euch auf den Weg. Hier, das ist abgebrannt. Das ist abgebrannt. Das ist abgebrannt. Das ist abgebrannt. Das ist auch abgebrannt. kann ja ruhig wahr sein. Diese Sims. Aber man weiß ja auch, gebildetere Sims, die machen weniger Schaden mit Bränden und sind nicht so anfällig für Krankheiten. Das heißt, auch in Bildung sollten wir investieren. Und was ich gehört habe, man sollte auch am Anfang des Spiels relativ schnell in eine Polizeiwache investieren. Denn je länger man die Verbrecher sein lässt in der Stadt, desto schlimmere Verbrecher kriegt man dann später auch. Wir werden sehen, was dann in Buddyville passiert. Also da war ja nicht so eine große Kriminalitätsrate jetzt. Aber eine ganz schöne Brandstifterrate wie es aussieht. Feuerwehr! Unternehmen Hey, es brennt Leute Ich stelle Leute ein Stellt mal schneller ein Wir stellen Leute ein Sollen zum Feuer fahren und nicht Leute ein still naja sagen es natürlich aber wenigstens ein bisschen gerade weiter gehen hier von dem was wir schon gemacht haben war machen wir es erst mal so aber auch gleich den verkehr umgeleitet doch wie praktisch Feuerwehr wo bist du da ist wenigstens ein löschfahrzeug unterwegs aber die industrie brennt ja echt wie hölle hier wird das eigentlich auch zu katastrophen brandkatastrophen überall feuerteufel verlassenes gebäude brennt auch noch eins aber das wird auch gerade gelöscht trümmer verlassene gebäude grundbrand aber auch manchmal brand jetzt scheint es doch doch noch ein bisschen was zu werden hier erstmal ganz kurz hier so ein bisschen die abrissbirne holen naja hoffen wir mal dass dann die sims auch alle fleißig in die schule gehen und lernen wie man brände verhindert und nicht verursacht so was haben wir hier fahne fahne muss sein schulen brauchen fahnen schulen brauchen fahnen also nicht alkoholfahnen haben dann die lehrer vielleicht so meine freunde und nachdem wir uns erfolgreich um die brände gekümmert haben sehen wir uns beim nächsten let's play bis dahin tschüss ok was haben wir denn da es ist auf jeden fall hell hell ist immer cool kaufel mit was haben wir die schriften hier einfach fein und arzt vor allem vielleicht sollte man auch nicht rücken Wir sind jetzt hier und wenn wir da kommen wir zu einer Kütte. Das ist jetzt die Witze. Das ist eigentlich ein neuer Zuhause.